Die Person hätte wohl drinnen in der Höhle bleiben sollen. Oh, perfekt. Trinken. So, das war doch schon mal ganz gut. Gut. Ausgebrannt. Ja, hier hätten wir die Nacht schlafen können. Haben wir aber nicht. Ich denke, wir müssen doch nach unten richtig. Darauf läuft es gefühlt hinaus. Taschenlampe. Hm. Gefällt mir das? Nö. Müssen wir es trotzdem machen? Ja. Werden wir dabei sterben? Ähm, maybe. Oh, jetzt müssen wir ja wieder was zu verplassen, ne? Dann doch lieber sterben. Auch sehr leinsam. Was können wir denn abwerfen? Okidoki. Oh, hatten wir das mit der Hose schon geklärt? Die hatten wir noch nicht, ne? Anziehen. Nie ablegen. Nie. Anziehen. Ablegen. So, das hatten wir schon. Oh, das reicht aber noch nicht. Wir müssen das abbiegen, ne? Es führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Oder wir müssen das Gewehr zurücklassen, was ja noch dümmer wäre. Das hier können wir ablegen. Ah, wo werden wir noch kiloweise Sachen getrunken haben, die haben da mal Klamotten. Die haben wir so weit ist auch abgelegt. Ganze Sachen durch. Das hier weiß ich nicht, ob wir das... Ein Stöcker finden wir immer wieder. Die können wir mal alle ablegen. Das ist, denke ich... So, Energy drin könnten wir einen trinken, was das bringen soll. Da haben wir schon alles abgelegt, was wir können. Wir könnten einen Schokoriegel essen. Das... Vielleicht ablegen. Okay, jetzt hier noch 0,75. Vielleicht ein bisschen Stöck ablegen. Hier noch 15. Und dann können wir das hier... Oh. Das war so ein bisschen voll. Dann können wir das ablegen. Alle ab. So. Ja, gut. Wie viel ein Kilo noch war es? 1,5 Kilo, ne? Würden wir denn jetzt noch ablegen, wenn wir 1,5 Kilo noch weg machen müssten? Ich wüsste es nicht. Wir lassen es eigentlich sowas so. Tschüssi, tolles Gerät. Der Gerät. Ach, Mann. Welch eine Verschwendung. Wir müssen ja hier runter, oder? Wird ja jetzt nicht wirklich einen Weg dran vorbei. Mh, 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 mh. Und wir werden so schnell müde. Das ist alles gar nicht gut. Ich würde im Zweifel halt auch einfach das Kletterseil zurücklassen. Aber ich hätte Angst, dass das gar nicht so gut wäre. Zum Glück kommen wir immer runter. Das ist das eigentliche. So. Wirkliches. Hier. Wo müssen wir hin? Also terroristisch müssen wir nach da. Wir sind halb leer, ne? Wir sind wirklich halb leer. Vom Energielevel. Obwohl wir nur klettern... Also nur klettern waren. So ärgerlich, dass wir die genügend jetzt wegnehmen müssen. Ich weiß auch gar nicht, wo das hinführen soll. Hm. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie... Weiß ich nicht. Wie ist das alles nicht so das Richtige? Wenn wir hier das Kletterseil anbringen, dann würde das nicht alles Sinn ergeben. Nö. Nö. Da an der Seite können wir aber runtergehen. Naja, warum sollten wir das tun? Ach Mann. Wir werden immer müder. Das ist nicht gut. Sagte auch ein Stierot. Ja, das hätte ich nicht gefunden. Das hätte ich wirklich nicht gefunden. Die Frage ist, wie kommen wir da wieder hoch? Hä? Achso, wir müssen noch da runter. Okidoki. Was ist dieses Ding? Hier kommen wir wieder hoch. Ah, okay. Ja. Ne, das hätten wir, glaube ich, nachts nicht gefunden. Also wirklich nicht. Verstaurungsrisiko. Ja, weil es uns schlecht geht. Wir sind sehr müde. Wir haben nicht zu viel dabei. Wir sind einfach nur müde. Mehr ist es nicht. Anführungszeichen. Mehr ist es nicht. Überladen. Nee. Nee. Ach du, das sehe ich nicht ein. Äh, hier. Wir haben einen gammeligen Energy-Trink und den können wir auch benutzen. So nehme ich. Aha. Und das werden wir nämlich diesmal auch schaffen. Ja, okay. Danach wird natürlich schlimmer. Oh. Ja, das schaffen wir nicht. Prüfe dein Tagebuch auf unvollständige Einträge. Nee. Oh. Ähm. Ah, okay. Wollte gerade sagen. Entschuldigung. Wo kann ich mein Seil befestigen? Aber so ist ja alles. Ein bisschen kühl, aber das ist nicht schlimm. Wenn ich eine Mütze gefunden habe. Nee. Haben wir keine Mütze. Aber da ist ein Erfroren noch. Nee, das ist hier beim Gefängnis, richtig? Wir sind gleich wieder da. Fabelhaft. Ja, da hinten ist es. Sehr schön. Na, dann ging's doch. Dann sind wir ja gleich wieder bei dem Gefängnis. Sollten wir ihr nicht ein bisschen Zeit verschaffen? Also, ich meine, ich bin ja jetzt kein Experte in Zeit verschaffen. Allerdings denke ich, da wäre noch mehr möglich gewesen. Wir hätten ein bisschen trödeln können. Aber uns ist das auch speinekalt, ne? Es ist... Ach, das ist der Wolf, der immer wegrennt. Der ist mir sicher, ist Blagen greifen oder nicht. Eigentlich müssten wir ihn von seinem Schmerz erlösen und ihn mit ins Gefängnis nehmen. Hallo? Oh, bin ich froh, dass das kein Damage gemacht hat. Hat er da hingekackt? Ach, das sind die Steine. Ich wollte gerade sagen. Wolfs Kacke. Ja, fast das Gleiche. Wäre ganz schlimm Verstopfung gehabt. Die Köddel. Das war aber ein großer Hase. Oh, Mann. So. Wind öffnen. Alles rein, was keine Mütze hat. Handbeschleuniger, Brecheisen, Kaffee. Und der Energy auf jeden Fall. Die helfen uns. Da brauchen wir dann doch immer ein paar. Das Gewehr auf jeden Fall. Die Handschuhe auf jeden Fall. Reuchtpistole kann er da sein. Die sind sinnvoll, falls wir mal kämpfen müssen. Die Jacke, die gönnen die uns ja doch nicht. Das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier.